Die 13-jährige Schülerin ist völlig durchgefroren. Lehrer Stefan Schröder kümmert sich sofort um Vivien. Außerdem informiert er umgehend ihre Mutter, die keine 10 Minuten später an der Schule eintrifft. Auch sie ist fassungslos. Was ist denn passiert? Wie siehst du denn aus? Schatz, sag was! Was ist los? Warum bist du im Müllsack? Wir wollen dir nur helfen. Sag, was passiert ist. Was ist passiert? Ich war durch und nach der Sport und dann wurden mir meine Sachen weggenommen. Ich weiß nicht. Und wer war das? Ich weiß es nicht. Die waren nicht mehr da, wo die davor lagen. Und weißt du, wer das war? Wer hat die denn weggenommen? Keine Ahnung. Wer kann denn sowas Gemeines machen? Als ich Vivien da in diesem Müllsack gesehen habe, das war absolut schockierend für mich. Das hat mich so wütend gemacht. Niemand macht sowas mit meiner Tochter. Die 31-Jährige hat Vivien Kleidung mitgebracht. Da die niederträchtige Aktion so schnell wie möglich aufgeklärt werden soll, hat der Lehrer, Sozialarbeiter Johannes Tondera dazugerufen. Die 13-Jährige weicht Stefan Schröder und ihrer Mutter hinsichtlich der näheren Umstände beharrlich aus. Hallo, Johannes. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Tondera, mein Name. Domscheid. Frau Domscheid. Und wo ist sie? Wir haben sie gerade zum Umziehen geschickt. Sie war ja in einem nicht so schönen Zustand. Also, dass man einer Mitschülerin die Kleidung klaut und sie, ich sag mal, halbnackt über den Schulhof rennen lässt, das ist wirklich kein Spaß mehr. Also, das hat mit Streich nichts mehr zu tun. Und wenn ich diejenigen finde, die das waren, die können sich wirklich warm anziehen. Meine Idee war vielleicht auch erst so im Hinterkopf mobbingen, aber das kann es nicht sein. Das war einfach kein Thema. Mobbing ist ja eher systematisch. Es ist mir und den Kollegen auch nicht aufgefallen. Die Kollegen nehmen sofort Kontakt zu mir auf, wenn sie was feststellen. Da ist kein Kollege an mich herangetreten. Was aber aufgefallen ist, ist, dass die Leistungen ihrer Tochter rapide abgefallen sind. Das heißt, sie war ja eher eine gute Schülerin, wirklich überdurchschnittlich gut. Die schriftlichen Leistungen, die letzte Klasse meint in Deutsch, war eine Fünf leider. Sie ist unkonzentriert, sie wirkt nahezu apathisch im Unterricht, sieht sich zurück. Und da frage ich mich auch, was ist da los? Und das ist der Grund, weshalb ich auch mit Ihnen eigentlich morgen ja den Termin hatte und mit Ihnen über diese Leistung sprechen wollte. Also, ich kann mir diesen Leistungsabfall auch nicht erklären. Wenn Kinder ihr Verhalten so von jetzt auf gleich verändern, dann müssen besonders die Eltern ein bisschen auf der Hut sein. Das hat nämlich immer eine Ursache und das bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Art und Weise der Verhaltensänderung. Also von daher immer ein offenes Auge haben und gucken, was eigentlich los ist. Der Familienhelfer ist entsprechend alarmiert. Als Vivian vom Umziehen zurückkommt, sucht Johannes Tondera das Gespräch und hakt nach. Dabei bekommt der Sozialarbeiter das Gefühl, dass die Schülerin etwas verbirgt und mehr über diejenigen weiß, die ihr das angetan haben, als sie zugibt. Ja, also zu Hause gibt es eigentlich keine Probleme. Und dann ist natürlich für mich erstmal so der erste Verdacht, dass in der Schule was sagen kann. Es gibt ja immer mal wieder Schüler oder Mitschülerinnen, die einen auch ärgern wollen. Und ich sag mal, den Tourenbeutel klauen ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Klassiker, aber auch so relativ das Schimpfte, was man machen kann. Also, Mara, ich weiß nicht, vielleicht war die das. Aber jetzt bin ich etwas schockiert. Mara ist doch, ihr seid doch gute Freunde, beste Freunde. Nicht mehr so gut. Also Mara ist deine beste Freundin gewesen, sagst du. Und jetzt nicht mehr so gut. Könntest du dir denn vorstellen, dass die das gewesen ist? Also die ärgert mich manchmal, aber ich weiß nicht, ob die das war, weil das ist ja schon was Schlimmeres. Und macht ihr das denn alleine oder mit mehreren? Mit ihrer Freundin Chantal. Also als ich vorhin hier hingekommen bin, da habe ich auf dem Schulhof, obwohl ja eigentlich alle schon zu Hause sein müssten, zwei Mädchen gesehen. Könnten die das vielleicht gewesen sein? Ja, ich glaube schon. Vivian hat mir ja von Mara erzählt, ihrer ehemals besten Freundin, die offensichtlich mit der Geschichte irgendwas zu tun haben muss. Da muss ich einfach mal gucken, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und da machen wir uns jetzt mal auf die Suche, wo wir die Mara finden. Vivian kann sich gut vorstellen, wo ihre ehemals beste Freundin gerade steckt und führt den Familienhelfer und ihre Mutter zur geheimen Raucherecke der Schule. Und tatsächlich, dort erwischt Johannes Tondera die beiden Mädchen. Er macht zuerst eine klare Ansage zum Thema Rauchen und kommt dann auf die Attacke gegen Vivian zu sprechen. Also ihr habt die Tasche von Vivian genommen. Nein, eigentlich nicht. Da muss ich aber mal eins sagen, wenn man so was macht, dass man die Klamotten wegnimmt und dass man eine Mitschülerin nackend zurücklässt und mit einer Mülltüte über den Schulhof laufen lässt. Ich zieht da mit? Ja, ihr braucht gar nicht zu lachen, das ist überhaupt kein Streich mehr, das ist nämlich fast schon übergriffig. Ja, sagen sie uns das nicht, sagen sie uns das den anderen. Ja, stellt ihr euch doch mal vor, was würde euch passieren. Hey, mir würde so was nicht passieren. Ich glaube euch das nicht, dass ihr das nicht wart. Wir waren es aber halt nicht, ne? Mara und Vivian waren ja mal gute Freunde oder beste Freundinnen und das ist noch nicht so lange her. Das war für mich erstmal so der Türöffner, um mit Mara auch ins Gespräch zu kommen, war schwierig. Also sie hat ja sich sehr, sehr lange gewehrt, aber dann habe ich versucht zu erklären oder ihr zu sagen, dass sie sich mal vorstellen soll, wie es ist, wenn sie Vivian wäre. Du musst dich einfach mal in die Lage von Vivian versetzen, wie das ist, wenn man sowas macht, wenn man da steht ohne Klamotten und weiß nicht, was man machen soll. Und ich glaube, wenn man sich das vorstellt, dann merkt man auch, das war nicht so eine geile Aktion, ne? Vielleicht kannst du es wieder ein bisschen gut machen, indem du es zugibst und mal einmal sagst, wo der Turmbeutel ist. Ja, okay. Ey, mir ist schon mal ein. Nein, Schatz, die kommen einfach. Das ist doch gar nicht. Also Mara, auch wenn das jetzt ein bisschen grob war, finde ich es aber trotzdem gut, dass du den Turmbeutel geholt hast und du hast es ja nicht gemacht. Du kannst jetzt erstmal nach Hause gehen, für dich ist die Vorstellung hier beendet. Aber ich wollte mich hier alleine lassen. Doch, kannst du. Es ist jetzt keine Schule mehr, dann hast du hier auch nichts mehr zu suchen. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Da Mara etwas zugänglicher erscheint, trennt Johannes Tondera die Mädchen, um endlich den Auslöser für die hinterhältige Aktion zu erfahren. Denn die Bosheiten könnten der Grund für Vivians nachlassende schulische Leistung sein. Als die Schülerin aber den wahren Grund für ihr Verhalten preis gibt, wird einiges klarer. Also es war eigentlich gar kein Streit, es war halt eher so eine Bestrafung, weil du hast gar keine Zeit mehr für mich. Ich bin Luft für dich, weißt du? Hallo, als beste Freundin. Wir haben doch wohl so viel miteinander unternommen. Ja, ich habe halt bessere Sachen zu tun. Ja, bessere Sachen. Ich meine, als Freundin, komm, als beste Freundin. Wir haben alles gemacht. Was sind denn Sachen? Also es war natürlich auch wichtig, sich ein bisschen in die Lage von Mara zu versetzen und diese Racheaktion, die sie durchgeführt hat mit dem Tourenbeutel, die kommt natürlich nicht von ungefähr. Es hatte schon was damit zu tun, dass Mara sehr enttäuscht war von ihrer Freundin, mit der sie offensichtlich vorher viel, viel mehr Zeit verbracht hat. Es war offensichtlich, dass Vivian da irgendwas fokussiert. Was das jetzt war, das wollte ich durch dieses Spiel mit dem Basketball rauskriegen und vor allem, inwieweit sie da wirklich verbissen ist. Deshalb schlägt der Familienhelfer eine Aktion vor. Die Mädchen sollen sich den Ball zuwerfen und das 30 Mal in einer Minute. Als die Schlagzahl allerdings erreicht ist, macht Vivian Unbirt weiter. Aber Mara reicht es. Für sie ist die Übung definitiv beendet. Ich habe keinen Bock mehr. Sorry, aber nee, ganz ehrlich. Ich habe eine Idee. Komm mal her, tausche mal die Jacke. Ja, ich erkläre euch das gleich. Als man gesehen hat, dass Vivian wirklich nur noch auf diesem Ball konzentriert war, dann habe ich die beiden die Jacke tauschen lassen. Ich wollte einfach mal sehen, kriegt die das überhaupt noch mit? Und ich würde sagen, ein Mensch, der links und rechts guckt, der sieht schon. Aber wenn man nur noch an einer Sache interessiert ist und nur noch darauf beharrt, dann kriegt man sowas auch nicht mehr mit. Guck dir mal deine Mitschülerinnen und deine Mutter an und sag mir mal, ob dir was auffällt. Doch die Schülerin erkennt das Offensichtliche nicht. Die 13-Jährige bemerkt den Jagdentausch erst, als sie der Familienhelfer gezielt darauf hinweist. Die Siebtklässlerin scheint regelrecht in ihrer eigenen Welt gefangen. Und die Erklärung dafür hat nicht viel mit dem Streit der Freundinnen zu tun. Der Sozialpädagoge hackt nach. Du wolltest so einen richtigen Tunnelblick, ne? Also du hast nichts anderes mehr gesehen, außer an dein Ziel zu kommen, mit dem Ball zu spielen und vielleicht sogar zu gewinnen, ne? Ja, wir haben ja nicht so viel Geld und das ist ja auch zu Hause immer so. Wie wird's mit Geld? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Kannst du mir das mal genauer erklären? Also ich habe letztes Mal ein Telefongespräch mit gehört, mit meiner Mutter und meiner Oma. Und dann haben die halt darüber geredet, dass wir zu meiner Oma ziehen, wenn wir nicht genug Geld haben. Dann habe ich halt Nebenjobs angefangen, damit wir mehr Geld kriegen und. Och, Kind. Ach echt? Was denn für Jobs? Ja, so kleine Nebenjobs, damit wir den Unterhalt bezahlen können und nicht zu meiner Oma ziehen müssen. Und deswegen hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit. Um ihre Mutter in einer schwierigen Phase finanziell zu unterstützen, hat die 13-Jährige ihre beste Freundin und die Schule vernachlässigt. Mittlerweile konnte die Alleinerziehende die Geldprobleme mithilfe ihrer Eltern in den Griff bekommen und hat zudem eine Gehaltserhöhung erhalten. Mara hat sich bei Vivian entschuldigt und die Mädchen sind wieder ganz dicke. »